Sie sind Bürgerin oder Bürger dieses Landes und wollen Strom mit anderen teilen? Dann ist vielleicht die Bürgerenergiegemeinschaft etwas für Sie. Wir sehen uns heute in 3 Minuten Umweltrecht an, was hinter der Bürgerenergiegemeinschaft steckt. Hallo und herzlich willkommen bei 3 Minuten Umweltrecht. Mein Name ist Florian Stangl, ich bin Anwalt bei Niederhubom Partner Ihrer Kanzlei für Umweltrecht und Energierecht mit Sitz in Wien, Salzburg und Graz. Die Bürgerenergiegemeinschaft ist ein neues Modell des gemeinschaftlichen Produzierens und Teilens von Strom. Eingeführt mit dem Erneuerbaren Ausbaugesetzespaket gibt sie Bürgerinnen, aber auch Gebietskörperschaften, kleinen Unternehmen und auch großen Unternehmen die Möglichkeit zum Beispiel einen Windpark oder eine PV-Anlage zu betreiben und davon in Bezug beim Strom zu profitieren. Die Teilnahme an einer Bürgerenergiegemeinschaft ist freiwillig und offen. Der Hauptzweck der Bürgerenergiegemeinschaft darf nicht auf der Erzielung von finanziellem Gewinn gerichtet sein, sondern wirtschaftliche, sozial, gemeinschaftliche und ökologische Vorteile für die Mitglieder der Energiegemeinschaft haben im Vordergrund zu stehen. Das schließt nicht aus, dass ein gewisser finanzieller Gewinn gemacht werden kann und für die Zwecke der Energiegemeinschaft genutzt werden kann oder bei einer Kapitalgesellschaft auch eine Ausschüttung an die Mitglieder erfolgt. Für die Energiegemeinschaft, die Bürgerenergiegemeinschaft, bedarf es einer Rechtsform. In Betracht kommen in der Praxis zurzeit insbesondere Vereine, Genossenschaften, aber insbesondere dann, wenn ein eher kleinerer Kreis gewünscht ist, eine Kapitalgesellschaft wie eine GmbH. Sie kennen wahrscheinlich aus den Medien bereits die Erneuerbare Energiegemeinschaft. Die Bürgerenergiegemeinschaft, die Bürgerenergiegemeinschaft, unterscheidet sich von dieser Energiegemeinschaftsform doch in einigen Punkten. Da ist zu allernächst der Umstand, dass bei der Bürgerenergiegemeinschaft nur Elektrizität getauscht werden kann. Diese muss aber nicht Erneuerbares sein, kann also auch aus fossilen Quellen stammen. Teilnahmeberechtigt an der Bürgerenergiegemeinschaft ist grundsätzlich jeder. Die Kontrolle ist aber eingeschränkt auf kleine Unternehmen, Gebietskörperschaften oder natürliche Personen. Und zu guter Letzt ist die Bürgerenergiegemeinschaft auch finanziell etwas benachteiligt im Vergleich zur Erneuerbaren Energiegemeinschaft. Sprich, ich muss die vollen Netzgebühren zahlen und ebenso den Erneuerbaren Förderbeitrag und die E-Abgabe. Was aber nicht anfällt, und das ist der große Vorteil der Bürgerenergiegemeinschaft, ist ein Ausgleich für Regelenergie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017